Lalalalalala Du war ja ganz schön weit So Waaah Hm Was hiermit? Nips Äh Nips Pseft Jetzt wieder hoch mit komischen Tentakelviechern an der Decke Hä? Stell dich doch genau hinter mir, da ich nicht mehr ausweichen kann Ach, hat er ja gemacht, gut Okay, noch jemand übersehen Das wollen wir noch nicht Ich jetzt erst hierher? Warte mal Was denn hiermit? Ach ja, was klar Ja, muss ich ja wohl daher Hallo? Hallo? Ah, nein So Irgendwie kommen wir aber mehr Monster Aliens, was wir immer als im Original spiel, oder? Ah ja Hä? Okay Oh nein Ach verdammt Komm hier, ein Granate Das war nicht gut geworfen, Junge Das sah schon besser aus Ich hoffe mal, der ist jetzt tot Ach, da ist noch einer Entschuldigung Hä? Ich muss ja Gitter nicht durchschießen, oder was? Ah, was ein Stress Wow, das ist ja mal ein heller Rauben hier, mit nichts drin, deshalb war der so beleuchtet. Das ist ja mit dem Terminal hier unten. Okay, Input-Fluktuation. Ach, ich probiere es lieber nicht aus, das ist wirklich wieder tot. Apropos tot, ich speichere lieber mal. Ich weiß nicht, dass ihr keine Notion dafür habt. 316, na gut, naja komm, über die ist voll. Hallo? Das war ja wohl nix, wa? Mein Gott. Verdammt, verdammt, da ist noch jemand. Geh drauf. Oh mein Gott, 45. Ach, da ist eben schon eine. Okay, da konnte ich nicht durch, wie ich gerade über ein Wegrennen festgestellt habe. Oh, ist ja wieder ein Teleporter. Äh, wo sieht ihr schon? Nö. Oh, was hat denn über Soka? Alles klar. Ähm. Das geht immer schneller. Ach, hat nur eine Destination. Ja. Ach, wie, wieso komme ich hier erst denn nicht raus? Äh. Oh, scheiße. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Wo zur Hölle geht er hin? Äh. 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 Wallala. Nachladen. Ich wollte ja das Ding eigentlich für den Bekloppten rausholen. er hat sich wohl erledigt wo der wohl hingelaufen ist wo denn ach da oben gut alles klar ist er hier durch jetzt oder ach da komme ich nicht mehr durch natürlich nicht wie komme ich jetzt durch wo muss ich denn jetzt was hier? ach da ist gar keine Tür dort hat sich nicht nett angehört ist hier nicht gerade einer hochgeklettert? egal ich guck jetzt erstmal über den Transporter hier muss ich jedenfalls auf den Haken haben ach so funktioniert es wieder nicht oder was? nicht genug Power na gut dann bleibt uns nur der Weg der Alarm ergeht aber natürlich noch dafür ist noch genug Energie da äh ok der wohl wohl der der erst hochgelaufen ist warte mal kann ich jetzt hierher? ach du scheiße ach komm schießt gegen die Wand ja äh was? verdammte Kacke ich bin hier eingesperrt mach ich nicht geht ich bin hierher kein das ist ja wohl speichern würde ich jetzt oder nicht doch schon wieder keine Mission dafür gleich ah hier die ich doch bestimmt fahrt okay ja so es hat hier wieder vorrat und probier nochmal 134 natürlich nicht okay so halten hier so wenig aus wenn man immer deren kopf da kann ich hier ach verdammt jetzt habe ich wieder die andere einander wie ich da nicht abgelaufen muss ja hier alles untersuchen das verpasse ich ja wieder die hälfte ist eine luftschleife da draußen okay dann muss ich doch oben erst her so hallo spinnys Prozent ob so der Punkt jetzt nicht ab wie die Hau Prozent wer dort Ach ja, jetzt sieht kein... Oh, da ist Abdinger-Retrober. Rakete? Äh, Lobby. Oh. Ach, hier war ich doch schon. Uh, setzt doch ein Laden aus. Oder auch nicht? Der labbert ja immer noch. Ach, du Kacke! Gut, gut, gut. Äh... Ja, komm, hier. Cool. Damit geht er einfach... Tja, da hast du dich erschrocken. Was, Kelet? Moment. Oh, da ist noch eins. Oh mein Gott. 33 HP speichern. Äh, nein. Äh, wo war das? Da war das. Moment. Moment, war ich da denn überhaupt schon drin? Und hier? Oh, clear. Reimt sich sogar. Jetzt komm ich über das Tentake rüber. Ah! Okay. Keine Emotionen. Das habe ich auch keine Emotionen mehr. Ach, die treffe ich nicht erst mal. Tür? Ach, da war die zugeschleimte. Ich glaube, da sollte ich nicht runter. Mini Shuttle? Das kann ja nur in die Hose gehen. Gut. Sauerstoff? Oder, oder was? Oder wer? Ach, guck mich an. Das ist wohl, äh, ein bisschen in die Hose gegangen. Ey, du Arsch! Schon ist er wieder weg. Wollt mich nur verarschen. Nehmt man Marine an die Scheibe wirft. Und ich dann wieder alles putzen hier. Ja, aber wo fahren wir denn jetzt hin? Hm, wer weiß. Ach, es hat heute hier ein schönes Wetter. Domes Licht an, warum auch immer. Das ist ja nicht so, als wenn da draußen Leute rumlaufen würden. Was? Ach so. Ja, alles klar. Ja. Das haben wir geschafft. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir runter. Hier kommen wir auch durch. Hier kommen wir durch. Da müssen wir wohl nach draußen. Aber erstmal gehen wir hier runter. Natürlich. Komm, wir gehen runter. Oh mein Gott. Taschendampe. Haben wir hier irgendwas leckeres? Überraschungsei oder so? Gar nichts? Wow, das hat sich ja gelohnt. Okay, dann gehen wir halt raus. Hm, hm, hm. Fokus in Sektor 2 schon. Nur noch 3 Milliarden vor uns. Mit McNeil soll das treffen. Endlich wieder Cola und Kaffee. Oh, ich hab' ich Lust auf den Kaffee, denn Scheiße. Kaffee. Kaffee? Kaffee? Ja, warum haben die EG2 Türen voll überflüssig? Gut. Kaffee wieder voll. Ah. Wollte ich nicht mal drauf drücken. Äh, hört sich nicht gut an. Okay, was? Okay, gucken wir erstmal hier. Was haben wir denn hier? Redikte? Oh mein Gott, rote Farbe. So. Er hat mir jetzt aber Angst gemacht. Okay. Alles klar. Äh, sieht aus wie der Schlüssel von Monkey. Ach, ich bin lieber ruhig mit so was. Hier muss man ja Angst haben bei dem Spiel. Und ich, alles leckerlich machen. Obwohl... Was ist denn hier? Die Schleuse überprüft bestimmt, ob ich Waffen dabei hab. Naja, alles sicher. Research, 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 research. Ach, ist halt hier rot, komm ich nicht durch oder was? Alles klar. Wie sogar oben in den Schildern angezeigt. Jetzt geht's jetzt mal zurück. Okay, ich bin gut da. Okay, wir kommen da. Okay, ich bin da. Ich bin. Ich bin da. Okay, ich bin da. Vielen Dank.